Auf das, was wir erreicht haben, sind wir sehr stolz. Ich habe gemeinsam mit dem Kollegen Schwarz seit 1997 die AG aufgebaut. Wir haben als reine Tragwerksplaner angefangen und haben das Ganze erweitert um den Bereich Objektplanung, und den Bereich Gebäudetechnik, Brandschutz und sind in der Lage, Generalplanung anzubieten. Einzigartig an der PTI ist aus unserer Sicht einmal, dass wir ein großes Portfolio abdecken mit sehr wenig Personal. Das spricht für eine hohe Effektivität und Qualität natürlich auch, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Uns ist es ganz wichtig, dass wir unseren Mitarbeitern klar machen, dass wir das, was sie tun, wertschätzen und anerkennen. Und dass wir sie auch als Mensch wertschätzen und anerkennen. Wir haben keine extremen Spezialisten, die sich nur in einem Gebiet auskennen, sondern wir haben das schon breit gefächert. Das dauert lange, bis man die Mitarbeiter dahin gekriegt hat, aber wir sind in der glücklichen Lage, die zu haben. Das große Acetylenprojekt der BASF nimmt im Moment noch relativ großen Raum ein. Dann haben wir für die BASF noch ein anderes Projekt. Das ist auch eine sehr interessante Sache, weil das ein Gebäude ist, das extremem Explosionsdruck ausgesetzt werden könnte und dafür dann zu bemessen ist. Dann haben wir die Tragwerksplanung für die Erweiterung der Industrie- und Handelskammer in Neustadt. Ich kann mich an fast alle Projekte erinnern, aber natürlich gibt es so ein Projekt, was einfach ewig bei mir hängenbleiben wird. Unser Kunde war die Siemens und der Endkunde war Aktion Nobel. Aktion Nobel hat eine komplett neue Produktionsanlage errichtet und wir waren mit der Generalplanung beauftragt. Und es ist heute noch so, dass Freundschaften, die da entstanden sind, immer noch dazu führen, dass wir also ganz regelmäßig auch noch zusammenkommen. Es hat auch mit gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung zu tun und das ist einfach das, was uns halt abgesehen von der fachlichen Arbeit einfach antreibt.